Was spielen wir denn? Wir spielen Doktor und Protokoll? Lass auf romantisch gemeinsam umbringen. Das sollten wir öfter machen. Sie wird alleine sein, perfekt. Guck mal. Jetzt haben wir das Problem gelöst. Na, mit dem Scanner an. Nach oben. Achso, ihr macht das schon. Okay. Gut. Okay. Versuchen wir mal einen Schraubendreher hier. Sind meine Schritte on beat? Ah, nicht ganz. Ja. Hallo, also ein Schraubendreher zufällig? Ich mach das, aber ja. Ah, hier ist auch einer. Bist du im Poster? Ja. Aber ich mach trotzdem die Tast. Oh, okay. Nein. Nein. Ne, ich hab den nur weg gespüßt. Alles gut. Wo sind denn hier noch? Da. Ah ne, der ist ja heil zum Beispiel. Ne, die gehen. Die müssen irgendwie rot sein oder so. Mhm. Bisschen einfach. Wupptherapie. Ja, aber... Ich mein, es ist so smarter, wenn wir von... Oh Gott. Das ist, das ist... Ne, das ist bei mir so ein bisschen Aggressionstherapie einfach. Weil wenn ich das... Weißt du, was passiert, wenn ich das nicht mache? Ja, aber wir haben ja jetzt nur Scanner und Vant, wenn du Q drückst. Ja, ich will mir das... Weißt du, sowas passiert drin? Ja. Aber du hast die nur geworfen. Es ist ja gar nichts passiert, also... Ich kann dir auch die Vant-Tast zeigen. Ich wollte die lieber dann doch nicht umbringen. Just kidding. Ich hätte den direkt umgebrochen, aber die Scheiße ist leer. Was soll das? Wie viele Vants gibt's denn? Ah, Vants sind fertig, okay. Was ist zum Fick? Was passiert dir? Werden hier Brote geschmiert? Nein! 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 Alles gut! Ich brauche Verteidigung! Mit was kann ich mich verteidigen? Hier, mit dem Schraubendreher, bitte. Okay, will sie nicht. Und dann müsst ihr stoppen. Nice. So, und jetzt nach links. Ich sagte, wenn du stopp, geh mal langsam. Ich bin schützei! Ich bin schützei! Ja, mit meinem Schraubendreher bin ich auch eine große Gefahr. Und weiter nach unten. Weiter nach unten. Hey, 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 hey. Oha! Super! Ich würde sie jetzt schon töten, sag ich wie es ist. Und... Das Selbstverteidigung an der Stelle. Und jetzt hoch, hoch, hoch! Stell, Stell, Stell! Hoch, hoch, hoch! Noch weiter hoch! Und nach links! Konsequenzen. Also ich hätte das nur gemacht, weil sie nicht angegriffen hat. Naja, das war Selbstverteidigung. Nee! Ja, das war er für sich schön. Fertig! Naja, das war für mich nicht ganz gut. Hm! Hm! Hey! Was ist das? Gute sehr hilf! Für mich nicht nicht einschalten! Weil ich das habe gesagt. Das ist nicht episch. Ich liebe dich. Ja, ja. Bist du ein Post, ne? Äh, nein. Ah, fast dann. Ne, bin ich echt nicht. Erlöse mich von meinem Leid. Okay. Das ist jetzt dein Leid, oder? Na, ich bin nicht ihr Leid. Doch, ich denke schon. Ich bin ihr Erfüllung. Der schlimmsten Träume wahrscheinlich. Ich mach die Computer. Warte, wollt ihr hierbleiben und ich drück? Ja, okay. Hier muss ich natürlich rausfinden, welcher das ist. Ja, ja. Los, verifiziert das Ding. Hm, nicht das beste Geräusch. Ich hab'n Knall gehört, ich wollte nur nachschauen. Ja, den hab' ich auch gehört. Ja, mal sehen, ob ich's bis dahin schaffe. Hey, 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 hey. Das war gut. Danke. Mach's. Jetzt, wieso lässt du dich noch von ihr loben? Ja. Achso, ich, 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 ich nehme keinen Loop von ihr an. So. Das ist wirklich verrückt. Und? Kommt sie klar? Wo war das nochmal hier? Ach nee, ich hab' den nicht mitgenommen. Kann ich den haben? Ich brauch' den für meine Tasche. Warum ist blau hier tot? Weißt du das? Was? Weißt du? Ob du weißt, warum blau hier tot ist? Mazzard. Nee. Nee. Sie wollte mich immer Schrauben ziehen, aber ich bin weggerannt und dann lag sie da. Sie wollte die Schrauben ziehen. Kannst du das auf Deutsch übersetzen? Ja. Also sie wollte mich mit dem Schrauben ziehen halt. Na gut. So, jetzt müssen wir noch rausfinden, wo du rauskommst hier, mein Freund. Aus welchem Lüftungsschacht bist du gesprungen, hä? Wo kann man dich durchfiltern, wo kann man dich durchfiltern, du? Sei doch mal. Sei doch mal in der Richtung oder so. Kannst du das nicht? Das ist ja schon. Also als ich in Filtern in deinem Alter war, nicht? Da ging das noch ganz anders zu. Einige Filter, die kommen halt übers Läd auch so, ne? Normalerweise verschmutzt du über die Dauer. Aber wenn du halt so ein Filter bist, den es lieber so früh erwischt, so, keine Ahnung, du, dann skatze halt einfach hinten rein, nicht? Aber es ist immer besser, überhaupt ein Filter zu sein, als gar kein Filter zu sein, hat meine Mutter ja immer gesagt, nicht? Also Hauptsache was filtern, als am Ende dann gar nichts zu filtern, so. So, jetzt müssen wir noch eine Delivery wegfiltern. Das wäre natürlich auch ein toller, weil den habe ich noch nie gemacht, du. Ich habe das Gefühl, das ist die Böse da leider. Hm. Ungünstig, wa? Ah, ne, wo meint du? Ach, nö. Hast du eine Waffe, oder was? Ah, ne. So, halb. Okay, Freunde, we might be up to something great here. Kommt schon. Kommt schon. Screwdriver. Hast du Screwdriver? Ja, bitte. Ja. Geil, danke. So, das Ding hier verstecken wir. Vielleicht brauchen wir auch ein Kitzel-Symbol, oder nicht? Ein Kitzel-Symbol? Er hat ein Kitzel auf der Kiste. Lukas hat auch eine Kiste. Ja. Ja, ich versuche noch rauszufinden. Meins muss acht da hin. Ja. Ah ja, dann musst du den Pizzaraum. Hier ist das der Pizzaraum. Hm. Ups. Hey, yo, what's poppin'? Hm, 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 hm. Nö, wenn du einen Schalter siehst, nehm ich den. Ah ja, das weiß ich auch. Aber schön, dass ihr jetzt hier seid, von da oben. Lecker. Ja, ich fürchte, der C4-Zünder ist mal wieder nicht da. Das ist Tragödie. Müssen die... Oh. Oh. Warte, haben wir uns gegenseitig getötet? Ja, wir haben uns gegenseitig getötet. Oh, wow. Oh, ich hab noch nie tot. Ich war ja... Okay, auch eine Aussage. Ja, gut. Oh mein Gott. Dann steht und fällt das Ding jetzt damit, ob sie meine Kiste finden, die ich versteckt habe oder nicht. Was ist hier passiert? Ich dachte Zimbelimpostor. Ah, nee, ich war es leider. Warte mal. Chiara hat Lukas abgestochen und Lukas hat auf Chiara geschossen. Die haben sich beide gleichzeitig umgebracht. Ja, das ist schon falsch. Die haben sich beide gleich... Die haben sich gerade beide gleichzeitig umgebracht. Chiara hatte das Messer. Oh. Und Top Gun hatte Lukas. Oh. Gar nicht gut. Das ist sehr gut, actually. Das scheint funktioniert zu haben, der Plan war. Der kann das Papier doch einpacken, oder? Nö, nö, ich hab's einfach versteckt. Hier hinten. Echt, du hast es versteckt? Ja, hier liegt es. Oh, ich bin nicht richtig. Aber das schafft du in der Zeit nicht. Nö. Also wie versteckt man denn so ein großes Papier? Du hast es versteckt? Du hast es fast gefunden, gerade. Das lag im pinken Hauptraum, einfach im Gras. Oh. Hat gereicht zum Gewinn. Das ist nicht kein Song, Radeon. Nee, das ist meine Solo-Queue-Revolution-Playlist. Ich würde letzte Runde callen. Okay. Oh, bitte. Bitte, 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 bitte. Gönne einmal. Gönne. Gönne. Komm. Komm. Bitte. Please. Nur einmal. Ah. Ja, genau, genau, genau. Belastend. Schon wieder kein Auslöser. Mann, das Zivir ist das coolste mit Abstand. Ich mach's aber nicht. Hier sind auch ein Ziel, Linda. Linda? Lucas, bist du gut? Ich glaube, ich brauche mal, glaube ich, Anna. Okay. Okay. Warum? Ich hab schon jetzt bestge- äh, so richtig gewonnen. Oh, geht das? Komm schon. Komm, was ist das für Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel? Das kommt überhaupt nicht hin. Oh. Oh. Ich arbeite hier. Mhm. Ja. Das kann doch nicht sein, dass es da keinen Weg gibt, das da drin zu verstecken. Ja? Ja, ich suche Fehler im System. Ey, ich find den Klicker, der ist so schwer zu finden. Ja, den gibt's. Der spawnt manchmal nicht. Also, wenn er jetzt nicht hier ist, dann spawnt er einfach straight up nicht. No way, dass die überall dran gedacht haben. Das kann nicht sein. Hm. Das heißt, wenn ein Objekt auf einem Objekt steht, steht irgendwo noch ein Objekt auf etwas drauf. Also da drauf zum Beispiel, oder was? Nee, auch nicht. Oh, warte mal. Wir haben doch hier getrickst, oder nicht? Aber das ging nur als Geist. Nee, das ging auch so. Ja. Oh mein Gott, warte. Gott, hier stirbt man aber schnell. Das ist nicht gut. Ich muss, ich muss das Spiel breaken. Das ist wie mit dem Spike in Valo, I guess. Ja, das Ding ist, im Spike, beim Spike in Valo steht extrem viel pro Budget hinter und hier nix. Das heißt, es muss Fehler geben. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke für die Runde. Ciao. Bye. Ciao. Bye. 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 Bye.